Wir machen weiter etwas verzögert hier im Set mit dem Lisa-Wulff-Quartett mit Silvan Strauß am Schlagzeug, Gabri Coburger am Saxophon und Jannis Anft am Klavier. Wir spielen ein Programm von unserer aktuellen CD. Ich habe diesmal auch daran gedacht, sie mitzubringen. Wer Bock hat nachher, kommt gerne zu uns und nimmt eine davon mit nach Hause. Wir fangen an mit dem Stück When I Took a Walk. Viel Spaß! Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Vielen Dank, Gabriel Koruger, Jannis Anst, Silbern Strauß. Wir haben CDs dabei, wer Interesse hat, wir haben nur Programmen gespielt von der aktuellen CD. Gibt es für 15 Euro bei mir. Kommt doch gerne noch zu mir. Musik 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 Ja, 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 ja. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der nächsten Band.